Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Sie wollen endlich mal wieder raus aus Ihren vier Wänden? Wir haben für Sie zum Abschluss unserer Sendung Reisen bildet, reisen entspannt, noch ein paar verlockende Angebote. Der Reiseveranstalter Berlin Express bringt Sie mit seinen eigenen Reisebussen an Ihr Traumziel. Sieben Verwöhntage am Gardasee, vom 12.10. bis zum 18.10. Unser Angebot für 529 Euro. Lassen Sie sich in unserem schönen Vier-Sterne-Hotel Oasi direkt am See in Riva del Garda so richtig verwöhnen. Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg. Am 3. und 4.12. Zwei Tage für 149 Euro. Erleben Sie magischen Adventszauber. Silvester-Gala im Erzgebirge. Vom 30.12. bis zum 3.1. Fünf Tage nur 598 Euro. Es erwartet Sie ein liebevolles Programm mit schönen Ausflügen. Die verschneite Landschaft wird Sie bezaubern. Sie können direkt beim Reiseveranstalter Berlin Express buchen. Nassauische Straße 48, Telefon 030 992 888. Ich wiederhole 030 992 888. Weitere Informationen unter www.berlin-express.de Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie wollen endlich mal wieder raus aus Ihren vier Wänden? Wir haben für Sie zum Abschluss unserer Sendung Reisen bildet, Reisen entspannt noch ein paar verlockende Angebote. Der Reiseveranstalter Berlin Express bringt Sie mit seinen eigenen Reisebussen an Ihr Traumziel. Sieben Verwöhntage am Gardasee. Vom 12.10. bis zum 18.10. Unser Angebot für 529 Euro. Lassen Sie sich in unserem schönen Vier-Sterne-Hotel Oasi direkt am See in Riva del Garda so richtig verwöhnen. Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg. Am 3. und 4.12. Zwei Tage für 149 Euro. Erleben Sie magischen Adventszauber. Silvester Gala im Erzgebirge. Vom 30.12. bis zum 3.1. Fünf Tage nur 598 Euro. Es erwartet Sie ein liebevolles Programm mit schönen Ausflügen. Die verschneite Landschaft wird Sie bezaubern. Sie können direkt beim Reiseveranstalter Berlin Express buchen. Nassauische Straße 48 Telefon 030 992 888. Ich wiederhole 030 992 888. Weitere Informationen unter www.berlin-express.de Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Hotline der Zeitschrift Stern verbunden. Bei Fragen an die Redaktion wählen Sie bitte 37 03 42. Persönlich erreichbar sind wir unter der Nummer montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr. Oder schicken Sie Ihre Mail an leserdienst n-at-stern.de Möchten Sie den Stern abonnieren? Schreiben Sie Ihre Bestellung bitte an Stern Kundenservice 200 080 Hamburg. Jahresabonnement 174,20 Euro. Für Studenten 127,40 Euro. Für die Bestellung von Einzelheften senden Sie bitte eine Postkarte an den Stern Kundenservice 200 080 Hamburg und geben Sie die gewünschte Heftnummer an. Jedes Heft kostet 3,40 Euro. Zuzüglich 1,79 Euro Versandkosten. Absender nicht vergessen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der Hotline der Zeitschrift Stern verbunden. Bei Fragen an die Redaktion wählen Sie bitte 37 03 42. Persönlich erreichbar sind wir unter der Nummer montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr. Oder schicken Sie Ihre Mail an leserdienst n-at-stern.de Möchten Sie den Stern abonnieren? Schreiben Sie Ihre Bestellung bitte an Stern Kundenservice 200 080 Hamburg. Jahresabonnement 174,20 Euro. Für Studenten 127,40 Euro. Für die Bestellung von Einzelheften senden Sie bitte eine Postkarte an den Stern Kundenservice 200 080 Hamburg und geben Sie die gewünschte Heftnummer an. Jedes Heft kostet 3,40 Euro. Zuzüglich 1,79 Euro Versandkosten. Absender nicht vergessen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Achtung, Achtung! Eine Durchsage für Reisende nach München. Der D-Zug 212 aus Berlin Richtung München über Nürnberg hat voraussichtlich 35 Minuten Verspätung. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat ca. 20 Minuten Aufenthalt. Geplante Weiterfahrt 17.25 Uhr. Geschätzte Ankunftszeit München Hauptbahnhof 23.55 Uhr. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung! Eine Durchsage für Reisende nach München. Der D-Zug 212 aus Berlin Richtung München über Nürnberg hat voraussichtlich 35 Minuten Verspätung. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat ca. 20 Minuten Aufenthalt. Geplante Weiterfahrt 17.25 Uhr. Geschätzte Ankunftszeit München Hauptbahnhof 23.55 Uhr. Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Und nun noch ein besonderer Tipp in unserem Wochenendmagazin für Kinder mit starken Nerven. Im Puppentheater Museum Berlin können Kinder mit der Taschenlampe in der Hand Pinocchio und seine Freunde entdecken und das Museum bis in den letzten Winkel erkunden. Weil manche Puppengesichter im Dunkeln aber ein wenig unheimlich aussehen, ist die Führung erst ab 8 Jahren empfohlen. Das Museum liegt in der Karl-Marx-Straße 135 Neukölln, U-Bahnhof Karl-Marx-Straße, Ausgang Neuköllner Oper. Eintritt für Kinder und Erwachsene 3 Euro. Anmeldung empfehlenswert unter 687 8132. Ich wiederhole. 687 8132. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun noch ein besonderer Tipp in unserem Wochenendmagazin für Kinder mit starken Nerven. Im Puppentheater Museum Berlin können Kinder mit der Taschenlampe in der Hand Pinocchio und seine Freunde entdecken und das Museum bis in den letzten Winkel erkunden. Weil manche Puppengesichter im Dunkeln aber ein wenig unheimlich aussehen, ist die Führung erst ab 8 Jahren empfohlen. Das Museum liegt in der Karl-Marx-Straße 135 Neukölln, U-Bahnhof Karl-Marx-Straße, Ausgang Neuköllner Oper. Eintritt für Kinder und Erwachsene 3 Euro. Anmeldung empfehlenswert unter 687 8132. Ich wiederhole. 687 8132. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Viola, ich bin's Paula. Ich wollte mich nur erkundigen, wie dein Vorstellungsgespräch heute gelaufen ist. Weil ich in den nächsten ein, zwei Stunden verschiedene Einkäufe erledigen muss, versuche ich es dann später nochmal. Oder wenn du möchtest, kannst du mich heute Abend nach 20 Uhr erreichen. Dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich auch morgen in der Firma. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie sich die Aufgaben 7 und 11. Dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich auch morgen in der Firma. 4. 4. 5. Seiden Sie alle. 7. jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. In unserem Verbraucherservice, liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen diesmal wieder einen Wochenmarkt mit originellen und gesunden Angeboten vor. In Neukölln hat sich der Markt am Landwehrkanal als Türkenmarkt einen Platz in Reiseführern erobert. 2007 bekam er ein neues Motto. Bio-Oriente, was bedeutet, dass sich hier orientalische Atmosphäre mit Bioprodukten wie Obst, Gemüse und Fisch mischen. 120 bis 150 Händler sind hier jeden Dienstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr am U-Bahnhof Schönleinstraße am Maibachufer zu finden. Sonnabends steigt hier der Modemarkt Neuköllner Stoff. Sie hören jetzt den Text noch einmal. In unserem Verbraucherservice, liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen diesmal wieder einen Wochenmarkt mit originellen und gesunden Angeboten vor. In Neukölln hat sich der Markt am Landwehrkanal als Türkenmarkt einen Platz in Reiseführern erobert. 2007 bekam er ein neues Motto. Bio-Oriente, was bedeutet, dass sich hier orientalische Atmosphäre mit Bioprodukten wie Obst, Gemüse und Fisch mischen. 120 bis 150 Händler sind hier jeden Dienstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr am U-Bahnhof Schönleinstraße am Maibachufer zu finden. Sonnabends steigt hier der Modemarkt Neuköllner Stoff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017